Hallo, Willkommen bei der Randalinus. Wow, was sind wir denn jetzt? Heute aus dem Veli Peli. Veli Peli. Und zwar, ihr seht schon worum es geht. Ich kann es sozusagen blind oder halt auch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt kommenden Donnerstag, das ist der neunte, hier für euch die Dartscheibe aufgebaut. Also es wird richtig professionell. Herzlichen Dank an den Tischtennisvereinen Hart von der Hamas Glier und an der Alex, der hat es aufgebaut. Und dann darten wir. Donnerstag ist Training, kann man sagen. Also wir würden uns freuen, wenn ihr einfach vorbeikommt und hier ein bisschen werft. Und die Woche drauf machen wir dann ein kleines Darts-Turnier. Am 16. So sieht es aus. Kann man sich anmelden zu zweit, oder? So genau, könnt ihr nächste Woche euch anmelden oder diese Woche, nächste Woche findet ihr dann statt. Wäre toll, wenn ihr mitmacht und gut pfeilen, sagt man glaube ich. Bis bald. Ciao.